Während der Bauernproteste ist am Morgen ein Landwirt auf der B72 bei Thülsfelde durch einen Autofahrer schwer verletzt worden. Zuvor hatten die Landwirte die Straße blockiert. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Dersum durchbrach die Blockade und schlängelte sich zwischen den Treckern vorbei. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug einen der Landwirte und verletzte diesen schwer. Der 35-jährige Mann aus der Gemeinde Basel kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete ein Augenzeuge, dass der Pkw-Fahrer uneinsichtlich gewesen sein soll und ihren Kollegen mutwillig überfuhr. Nachdem der Verletzte von der Motorhaube gefallen war, sei der Pkw-Fahrer noch einmal über ihn gefahren. Der 45-jährige Pkw-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden. Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände wurde gegen den 45-Jährigen ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Dies teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Nachmittag mit. Die Ermittlungen dauern an. Der verletzte Landwirt konnte noch am Nachmittag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die weiteren Proteste im Nordwesten blieben bis zum Nachmittag weitgehend friedlich. Der Pferdemarkt in Oldenburg ist seit etwa 14 Uhr wieder frei. Durch die Stadt Oldenburg fuhren rund 60 Traktoren. Derzeit blockieren sie das Westkreuz. Auch die A29 ist derzeit bei großen Kneten gesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017